Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Um das Trainingsthema in erster Instanz abzuschließen, haben wir heute noch die Beschreibung der Leg Workouts. Wir haben unsere Dreierrotation. Ihr habt die Videos zur Trainingsplanerstellung und Pull und Push vielleicht schon gesehen. Ihr wisst schon, wie das Video heute aufgebaut sein wird. Und zwar werden wir durchsprechen, wie wir eine Dreierrotation eines Bein-Workouts in diesem Konglomerat-Push-Pull-Bein-Szenario trainieren und zusammensetzen. Gleich wie bei Pull und gleich wie bei Push ist es wieder essentiell, bevor ich mir zusammenschreibe, was ich machen werde, dass ich mir symmetrische Defizite auf den Beinen anschaue. So wie wir am Oberkörper Schultern, Brust, Rücken und dergleichen haben, haben wir am Unterkörper natürlich auch unterschiedliche Muskeln und Muskelpartien, die sehr, sehr oft nicht im optischen Einklang miteinander stehen. Wenn wir jetzt überhalb des Knies diskutieren, haben wir den Quadrizeps, wir haben die Adduktoren, wir haben den Beinbizeps und, nicht zu vernachlässigen, wir haben den Gluteus, den Hintern. Unterm Knie hinab haben wir die Waden mit dem Soleus und dem Gastroknemius. Natürlich gibt es auch oben noch den Abduktor, wobei in der muskulären Ausprägung spielt er eher beim Hintern eine Rolle als beim Bein. Aber diese grundsätzliche Einteilung des Beines muss man sich natürlich einmal anschauen und mal schauen, wo sind da individuelle Schwächen drinnen. Sehr, sehr oft ist es so, dass man zum Beispiel ein sehr quadrizepsdominantes Bein hat. Der Beinbizeps und der Gluteus nicht dazu passt. Sehr, sehr oft ist es so, dass der Adduktor viel zu klein ist. Manchmal ist es so, dass die hintere Kette viel, viel stärker ist als die vordere Kette. Also Ausprägungen gibt es nur unterschiedliche und manchmal hat man halt das Glück, beziehungsweise man halt alles richtig macht und hat so ein richtig schönes, komplettes Bein von oben bis unten, wo im Idealfall die Waden auch noch dazu passen. Darauf sollte man natürlich bei der Erstellung des Trainings Rücksicht nehmen und die Schwerpunkte in den jeweiligen Beineinheiten auch draufsetzen. Wir gehen jetzt von der Basis wieder einmal davon aus, dass wir eine möglichst gleichmäßige Verteilung haben und es um ein absolutes Wachstum im Beinmuskel geht. Wir fangen mit Legs 1 an und setzen am Anfang einmal eine schwere Verbundübung, wo wir uns absolut verausgaben können. Und weil es halt die Königin der Beinübungen ist, ich habe es im Übrigen auch sehr gern, eine schwierige Übung, sich richtig auszuführen, aber wenn man sie richtig ausführen kann, wird man wirklich mit tollem Beinwachstum belohnt. Ich habe schon einmal in einem Podcast gesagt, nicht jeder muss Kniebeugen machen, um großartige Beine zu bekommen, aber jeder sollte Kniebeugen können, weil wenn er sie kann und die Mobilität es zulässt, dann wird er auch großartige Beine haben, selbst wenn er sie nicht ausführt. Aber wir nehmen jetzt einmal die Kniebeuge als Basisübung in Pull 1 und versuchen auch sämtliche Muskelketten vorne, hinten, gluts, gleichmäßig zu verwenden in dieser Übung und haben somit eine wunderschöne Verbundübung. Wir haben wieder unser klassisches Schema mit zwei Satzprinzip, heavy und low und geben bei den Kniebeugen alles. Als zweite Übung habe ich dann gerne eine Maschine dabei, machen wir Beinpresse, also Kniebeugen mit schönem, neutralem Stand, so wie es für einen physiologisch richtig ist. Beinpresse machen wir jetzt als zweite Übung dazu, mit einem ein bisschen höheren und engeren Stand, sodass wir ein bisschen andere Belastung auf die Muskelkette draufkriegen. Dritte Übung, klassisch Beinstrecker, das gehört zum Beinworkout dazu, um eine wunderbare Isolationsübung für den Quadrizeps drinnen zu haben. Nächste Übung würde ich für den Beinbizeps nehmen. Wir haben schon freie Kniebeugen gemacht, vielleicht machen wir jetzt, weil der untere Rücken beleidigt ist, noch keine RDLs, also Romanian Deadlifts hier dazu, sondern machen einen liegenden Beinkurl, wo wir darauf achten, dass wir wirklich schöne Beinbizeps-Aktivität dabei haben. Machen dann als zweite Beinbizeps-Übung stehendes Beinkurl dazu, damit wir für den Gluteus auch noch was machen, machen wir Gluteus-Hem-Races. Eine wunderbare freie Übung, um erstens den Beinbizeps noch fertig zu machen, ohne jetzt eine Gewichtsbelastung und wirklich tief auch in die Gluteus-Muskulatur reinzukommen. Dann kommen noch zwei Wadenübungen. Wir schauen uns an, dass wir das Wadel sowohl den Gastrocnemius als auch den Soleus gut treffen. Wir machen sitzendes Wadenheben, hauptsächlich für den Soleus, gefolgt von stehenden Wadenheben für den Gastrocnemius. Beim Gastrocnemius ist es oft so, dass ich es für klug finde, da in einem höheren Wiederholungsbereich zu trainieren. Sprich, da ist es meistens so, dass der Heavy-Satz irgendwo so zwischen 10 und 15 und der Lower-Satz ruhig zwischen 18 und 25 dann ist. Das heißt, wir haben unser Leg-1-Workout relativ gut und einfach durchstrukturiert mit freiem Beugen, Beinpresse, Strecker, Beinkurl liegen, Beinkurl stehend, Glute-Hem-Races, Wadenheben sitzend und Wadenheben stehend. Dann kommen wir schon zum nächsten Tag. Legs 2. Fangen wir mit Beinbizeps an. Das heißt, wir fangen mit einer Verbundübung für den Beinbizeps an und machen RDLs, also Romanian Deadlifts, wo wir wirklich Fokus auf die Hüftbewegung, Beinbizeps und Gluteus haben und geben da alles, weil das heute unser Tag mit Beinbizeps-Fokus ist und den wollen wir unbedingt verbessern. Als zweite Übung geben wir dann Hackenschmidt dazu. Diejenigen, die eine tolle Hackenschmidt im Studio haben, wissen das wirklich zu schätzen, weil es einfach für mich eine wirklich essentielle Maschine oder eine großartige Maschine für die Beinmuskulatur ist. Als dritte Übung machen wir Kniebeugen in der Multipress, aber mit vorgesetzten Stand, sodass beim nach unten gehen der Rücken gerade bleibt. Dann machen wir wieder Strecker dazu, weil der Strecker gehört einfach dazu. Man kriegt da eine wunderbare Spitzenkontraktion rein. Ich kann den Quadrizeps da super, super ausbelasten. Dann machen wir eine Beinkurl-Variante noch dazu. sitzenden Beinkurl, wenn wir es haben, wenn wir nur zwei Beinkurl oder einen zur Verfügung haben, dann müssen wir natürlich den nehmen, den wir haben. Dann geben wir noch dazu bei diesem Workout Adduktoren mit zwei schweren, mit unserem üblichen Zweisatzprinzip mit Heavy und Low. Wenn die Adduktoren eine Schwäche sind, dann würde ich sie bei jedem Workout dazugeben. Wenn die Beinentwicklung gleichmäßig ist, gebe ich sie meistens nur ein- oder zweimal dazu. Wir haben sie jetzt bei Leg 2 reingepoppelt. Als Abschluss haben wir wie immer Waden. Wir machen jetzt als erste Übung Donkey-Wadenheben oder was ähnlich wie Donkey-Wadenheben ist, ist Waden in der Beinpresse, weil grundsätzlich kann man Waden trainieren mit unterschiedlichen Winkeln. Das erste ist abgewinkelte Hüfte, abgewinkeltes Knie sitzend. Dann kann man es trainieren, gerade Hüfte, gerade Knie stehend. Und dann kann man es trainieren, abgewinkelte Hüfte und gerade Knie in der Beinpresse oder Donkey. Das trifft Soleus und Gastroknemius gleichmäßig. Das ist so eine Verbund-Wadenübung, gefolgt von je nachdem, was ich mehr ausprägen möchte, entweder stehend oder sitzend Wadenheben wieder, sagen wir sitzend Wadenheben. Das war unser Leg 2 Tag. Dann kommen wir noch zu Leg 3. Leg 3 fangen wir an, klassisch mit schweren Beinpressen. Neutraler Stand, so wie es physiologisch für einen richtig ist, unser klassisches Zwei-Satz-Schema, Beinpressen. Als zweite Übung dazu, ich habe meistens in einem dieser drei Bein-Workouts Kniebeugen, freie Kniebeugen drinnen, aber in einem hohen Wiederholungsbereich von 20 bis 25. Zwei Sätze 20 bis 25 Wiederholungen Kniebeugen. Also jetzt kein Heavy- und Low-Up-Satz, sondern zwei Sätze Kniebeugen in einem hohen Wiederholungsbereich. Als dritte Übung noch dazu, machen wir diesmal Sissi-Squads. Wenn man ein Sissi-Squad-Bankerl hat, ist das wirklich eine tolle Übung, wo man unglaublichen Zug am Quadrizeps bringt. Wenn man keine Sissi-Squads hat, machen wir wieder Beinstrecker, aber diesmal machen wir sie einbeinig. Wir machen einbeinig Beinstrecker dazu, wieder zwei Sätze Heavy und Low-Up. Bei den Sissi-Squads würde ich sie ohne Gewicht machen und alles, was ich immer ohne Gewicht, auch die Hyper-Extensions bzw. Glute-Hem-Races, immer so viele Wiederholungen zweimal, wie man schafft, um sich wirklich maximal auszubelasten. Gehen wir bei Legs 3 auch nochmal den Adduktor dazu und natürlich mindestens eine, besser zwei Beinkördel-Bewegungen, wenn ich zwei unterschiedliche habe. Und danach dann noch, fangen wir diesmal mit stehenden Waden heben an, wieder im höheren Wiederholungsbereich. Und dazu noch sitzendes Waden heben, um das Ganze auszubelasten. So hätten wir also schon unsere drei Rotationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Bein-Workouts zusammen. Wer sich alle Videos schon angeschaut hat, wird vielleicht den Bauch vermissen. Der Bauch, finde ich, ist etwas, den ich sehr, sehr gut losgelöst vom normalen Workout in der Früh als Teil meiner Morgenroutine trainieren kann. Wobei beim Bauch es immer wichtig ist, darauf zu achten, sowohl den Rektus zu trainieren, also die sichtbare Bauchmuskulatur, als auch den Transversus, wo es darum geht, wirklich eine schöne Bauchspannung zu kriegen, was ja auch am Ende aller Tage die Taille schmall halten wird und vor allem für die Core-Stabilität sucht. Was das Volumen vom Bauchtraining betrifft, bin ich ein Fan, in zumindest jedem zweiten Bauchworkout Planks, in welcher Form auch immer drinnen zu haben. Drei bis sechs Sätze für den Rektus. Das ist ein gutes Volumen, alles immer maximal ausbelastet, aber ich bin beim Bauch eher ein Freund, das mit Körpergewicht zu machen und nicht mit freien Gewichten und wirklich auf diese Kontraktion zu achten und vor allem auch darauf zu achten, dass man nicht mit dem Hüftbeuger zum Beispiel abfälscht und eigentlich gar keine Bauchmuskulaturaktivität drinnen hat, sondern in erster Linie den Hüftbeuger trainiert, wo man dann am Ende natürlich keinen gescheiten Bauch hat und einen verkürzten Hüftbeuger auch noch kassiert, der das Becken in eine schlechte Position zieht. Ich hoffe, euch hat das heutige kurze Video zur Erstellung eines klassischen Dreierrotations-Beintrainingsplanes gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da und haltet mir weiterhin die Treue. Ich wünsche euch noch einen guten Tag und stay safe.